Hallöche meine Freunde, Willkommen zu Werdar, Frontlinie in dem Modus, Picardy die Map, viel Spaß. Gucken wir nochmal, was wir hier reißen können. Ein bisschen die Deckung ausnutzen hier. Ich bin in der jetzigen Zeit eigentlich immer an Battlefield 1 Spiel gewesen und zeige ich, wo ich auch Schmackhofer da gekriegt. Ich habe da ein bisschen was zocken können, ja. Boah, shit. Da hat es uns den Kopf weggerissen? Ne, der ist noch dran. Boah, das andere ist tot. So, acht Sekunden noch, bis der nächste Eintritt möglich ist. Der hat es nicht überlebt. Oh, ist früh geschossen. Gucken wir mal hier. Folgen wir ihm mal oder wir gehen voraus. Kurzer Blick auf die Karte. Da war mal einer. Da hinten rennt jemand. Knieter nieder. Kommt noch einer. Boah, shit. Wo kommt ihr denn her? Ach, Mist. Verdammt. Nächster Eintritt in acht Sekunden. Das war eine sehr schöne Waffe, die er hatte. So, wir sind wieder da. Mitten im Geschehen. So, wenn ich mich noch ein bisschen rau anhöre oder ein bisschen... Ja, ein bisschen anders als sonst. Nicht schlecht daran, dass ich aber auch ein bisschen der Geld bin. Aber ich soll ja dem Spaß keinen Abbruch tun. Ne? Ja. Und... Ne, oder? Probiert euch die Greifen an! Oh, kacke ey. Die sehen alle gleich aus. Verdammt. Ha, ha, ha. Oh, ne. Ja, das ist der Unterschied zu Battlefield 1. Das ist hier ein... Tucken, äh... Ja, ich wollte sagen, realer, realistischer, aber irgendwie... Ja, ich wollte sagen, so... So eine Realism-ähnliche Geschichte kommt es dem schon nahe. Da ist jemand in meinem Team. Wir rennen hier mal lang. Ist das hier jetzt ein Gegner hier? Ne. Ich renne jetzt einfach mal hinten. Ne, verteidige jetzt noch. Fertig. So. Rennen gerade. Zack. Wollen wir mal gucken. Wow. Okay. Okay. Wo ist er? Aha. Also linke Seite. Ah, das war meiner. Okay. Hat er ihn jetzt. Oh, von rechts. Shit. Deckung. Deckung, Deckung, Deckung. Gasmaske wollte ich jetzt eigentlich nicht aufsetzen. Oh, verdammt. Jetzt kriege ich ordentlich geschissen heute, ey. Das gibt's doch nicht. So schlecht. Er hockt hier immer noch. Wen will er da? Er zielt auf den Rahmen da hinten. Okay. Sag mir wo. Zeige mir den Weg. Aber es ist mit Leuchtmarkierung ein Pfeil oben drauf. Damit der Flosch auch sein Ziel trifft. Weil sonst ist der blind im Kampfer. Und trifft sein Ziel nicht. So. Da kommt einer an. Nein. Das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Ja. Er hockt ja immer noch. Und guckt das Gras beim Wachsen zu. Guckt dem Gras beim Wachsen zu. Besser gesagt. Das Gras. Ja. Einstieg. Oh. Wenn ich jetzt hier noch mal sterbe, dann mach ich ja aus. Ach. Du hast es wisst. Da müsste gleich jemand kommen. Ich hab's gesehen. Oh. Ey. Ich grepier hier gleich. Schnell zu dem. Das gibt's doch nicht. Ey. Leute. Ich sag's euch. Ja. Ich hab gesagt. Wenn ich jetzt mal stelle, mach ich jetzt ja aus. Und ich sag euch mal aus. Ja. So. Also. Wenn ihr noch mehr von diesem unprofessionellen Gameplay sehen wollt. Dann sagt ihr aber. Der Flosch selber weiter. Oder würde sterben. Wenn ihr sagt. Nee. Ich spiele lieber Battlefield 1 weiter. Das kannst du am besten. Dann macht auch dieses. Lasst mir wie gesagt ein Abo da. Oder ein Däumchen. Würde mich riesig drauf freuen. Bis dahin. Ciao. Euer Flosch.